Das Komitee. Hören Sie mal, das finden wir jetzt nicht gut. Das Runde am Rad, da weiß man nicht, was es tut. Wir lassen es mal lieber so wie es war. Quadratisch, da besteht keine Gefahr. Die Zukunft liegt beim Komitee, das Klick für Klick sagt, was nicht geht. Wirklich, das hat jetzt gerade noch gefehlt, dass da jemand Schienen verlegt, um schneller zu sein, als man laufen kann. Die macht doch das Hirnreich, diese Eisenbahn. Die Zukunft liegt beim Komitee, das Klick für Klick sagt, was nicht geht. Wenn höhere Wesen wollten, dass man schmiedt, hätte Leonardo nie ein Handball gekriegt. Das Wasser hätte immer noch Balken, es würde auf der Scheibe ja sonst gar nicht halten. Die Zukunft liegt beim Komitee, das Klick für Klick sagt, was nicht geht.